moin leute heute gibt es mal einen skyblock parkour den muss ich halt bis nach oben schaffen allerdings bin ich im überlebensmodus ob ich das schaffen werde bis nach da oben keine ahnung ich muss das alles hier überwinden und dann hoffentlich schaffe ich es dann komm es ist nächste runde und wieder tot ich und dieser scheiß regner hat er ist nee jetzt nicht ali ich bin echt zu dumm dafür nee was ist das für ein scheiß parkour ey es kann nicht sein drückt auf ein x man mein gott so boah was runtergefallen ey das war knapp ok jetzt ist immer dünner ok jetzt kommt das eis parkour ok das habe ich mal geschafft diese nether warzen türme also es ist das wird so ein parkour da leiter schaffig durch nicht weil ich kenne das ich kenne gerade so ausrassen mann ey dieses scheiß parkour mann ist halt skyblock ne ist immer so scheiße skyblock parkour nochmal ne ich hatte es doch gerade meine frisse ey es du bist gestorben florian sentker starb ja schön ey drecksspiel ey ich könnte gleich so ich könnte gerade so ausrassen stelle egal ich versuche mich jetzt nicht mehr aufzuregen okay versuchst zack geschafft zack nein nein mann nicht ausrasten ich schaffe es auch ohne viele grüße gehen raus an dorit meine meine lieblingschefin ähm dorit falls du das video sehen solltest ey spiel du so spiel du sowas mal du kriegst ja so an deine waffel ehrlich so das habe ich jetzt ey es ich kann komplett ausrasten ach ja ich wollte mich nicht mehr aufregen aber im schnellen durchlauf ey es es ist jetzt mal ein fünfter oder siebter versuch mich hier lang zu hangeln alter meine dinge zeige ich jetzt nicht ey wieso fall ich da leute falls einer von euch skyblock parkour schafft schreibt mir mal bitte in die kommentare ich finde das so schwer also ey das wird eine sehr lange folge glaube ich so ihr seht ja ich sterbe immer wieder hinter mir kann auch entscheiden ob wir über adventure oder kreativ modus gehen aber ich habe mich für adventure entschieden ich will mal einfach kurz versuchen im schnelldurch das war knapp im schnelldurchlauf einfach mal rüber zu springen ok klappt nicht beim ersten stein schon gescheitert hab nicht zum ey es kann nicht sein ich bin so ein ich kann mich grad echt aufregen ne mach ich aber nicht ey man ich kann grad echt nein so es ich schalte immer am holz ne ist ist einer von euch gut im parkour laufen man gott ich habe eine theorie vielleicht muss ich bei den holzdingern auf das springen auf das springen ok ey es ich brauche energy jetzt ich brauche mein gott ey ich bin so ein schlechter spieler im skyblock also ganz im ernst ich werde das so nie schaffen ich werde es so nicht schaffen ich will mindestens zum nächsten äh speicherpunkt kommen ok jetzt florian ruhig du schaffst das boah knapp nein die runterfallen wenn ich jetzt bitte bitte ich war gerade da oben scheiß ey wie dumm bin ich denn ich schaff's halt echt nicht bis zum nächsten speicherpunkt es ist doch so asozial mein gott ne ich ich könnte grad echt ne ich könnte mich grad selber mein gott junge ey weiß was denn ich mach jetzt überleben ey kreativ zack danke ey was von hier wieder neu starten zack ey es kann nicht sein dass ich jedes dass ich jedes mal sterbe ey bin ich zu dumm einfach dafür ich bin echt halt ich bin ich glaube ich bin echt zu dumm dafür ich mach nochmal überlebens modus alter wenn ich es jetzt nicht schaffe ne dann ist dieses spiel ganz schnell gelöscht und ne scheiß bewertungen lass ich hinter diesem video hinter diesem video also hinter dem spiel ich würde es einmal ich würde es einmal nur schaffen ich würde es einmal nur schaffen wenn wir okay okay ey wieso kann ich nicht auf diese scheiß leiter rüber springen gibt es einen Trick Leute in den Kommentaren schreiben mal bitte ey 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 es ist doch so scheiße ey es ist doch so schlecht wie was mache ich dass ich hier dauernd fuck kacke alter dieses Drecksspiel ne also es ist halt also es ist halt ich bin wieder tot Leute ich werde es nie schaffen ey beim dritten Stein oder darf man nicht direkt drüber springen sonst viele größe gehen an dieses scheiß Minecraft Spiel oder Minecraft es ist auch egal ich bin nur am sterben bei dieser Drecks bei diesem Kack Parcours hier ey ey es kann nicht sein ich bin einfach zu schlecht dafür ey ey ne was was ne Leute diese Folge ist gleich so weit von vorbei ganz im Ernst ey es ne Leute letzte letzter Versuch danach ist diese Folge vorbei letzter jetzt jetzt wirklich letzter Versuch ok verkackt nochmal letzten wirklich der letzte ich bin jetzt schon wie lange am spielen hier und versuchen um weiter zu kommen 15 minuten 18 30 weiß nicht auf jeden Fall wird es nie bis da oben hin schaffen das können nur Pro Gamer Pro Gamer meinte ich ey dieses Regen dieses Wetter ne warum warum Regen warum jedes Mal wenn ich hier bin fängt es an zu regnen es ist so ne alter so ok Leute wenn euch das Video gefallen hat lasse gerne ein Like da ein Abo ein Kommentar und dann bis zum nächsten Video aber nicht mehr von Skyblock Parcours sondern von meiner Villa wenn ich es überhaupt schaffe so abonnieren lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal schreibt einen schönen Kommentar Schönen Kommentar schreiben bis zum nächsten Video Ciao und jetzt bist du dran du Scheiß Paco ey